Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel Coop! Folgendes! Es kam lange kein Video mehr aus folgendem Grund. Ich musste mich drum kümmern, dass unser Modelabel existiert und dass es produziert wird. Wir hatten da ein paar Probleme mit den Textilien, mit so einer scheiß Firma, die nicht klarkamen, bin ausgerastet, wollte rübergehen, in die Fresse hauen. Hat funktioniert, denn ich habe endlich die Ware bekommen und hat mich dann auch nichts gekostet, weil es auch deren Fehler war. Und sie ist da und ihr könnt sie ab morgen bei uns unter BeDifferent030 auf Instagram, das wird hier unten eingeblendet, könnt ihr dieses Shirt bestellen. Das ist der Startschuss sozusagen. Das Shirt gibt es in Größe L bis XXL. Wir haben jetzt schon ein paar Anfragen bekommen, warum es kein M gibt, aus folgendem Grund, dass die Größe L fällt relativ klein aus. Bedeutet, dass L sozusagen M ist, damit wir das verstehen. So, ab morgen könnt ihr das Shirt bestellen. Ihr könnt es auch auf Facebook bestellen, falls ihr kein Instagram habt. Und zwar unter BeDifferentClosing, denke ich der Meinung. Ich hoffe, das ist richtig. Ich checke das ja nochmal ab. Wenn nicht, steht es hier anders verkehrt rum. Vielleicht Closing BeDifferent oder BeDifferentClosing030. Ich weiß nicht, was ich geschrieben habe. Auf jeden Fall steht es hier unten dann richtig. Da könnt ihr raufgehen, wenn ihr natürlich auch nur diese Social Media Seiten benutzt. Sprich, ihr müsst Insta und Facebook haben. Oder, falls ihr das nicht habt, habt ihr die Chance auf eine E-Mail-Adresse zu antworten, beziehungsweise zu schreiben, was ihr braucht, was ihr haben wollt. Ja, das bedeutet und zwar BeDifferentClosing at gmx.de. Auch das wird hier unten stehen. Könnt ihr uns anschreiben und dann wird alles weitere geklärt. Die IBAN-Nummern wird alles Donnerstag am Start sein. Sprich, ihr könnt dann da das Geld überweisen, dann wird es zu euch geschickt. Alles per Versandpost und Pipapo und weiß der Kuckuck. Es wird alles am Start sein. Das ist der Startschuss. Das ist kein Merch. Das hat nichts mit Tintenfüller zu tun. Außer, dass wir alle, die hier bei Tintenfüller sind, damit integriert sind. Sprich, das entwickeln. Das heißt, das sind unsere Gedanken, unsere Motive, unsere Ideen. Die leiten wir alle zusammen, packen die Zusammenheit, spielen ein bisschen Model vor der Kamera. Und das ist das Einzige, was es mit dem Laden hier zu tun hat. So Leute, ich befinde mich gerade an der Fotowand. Ich musste das Video oben kurzzeitig abbrechen, denn es kamen gerade Leute rein in den Laden. Und ja, ich fühle mich dann immer so ein bisschen unter Druck gesetzt und kann nicht mehr quatschen. Weil ich mich selber noch nicht so ganz ernst nehmen kann vor der Kamera. Das Shirt kostet 24,99 Euro, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Denn es ist schon wieder sechs bis sieben Stunden her, als ich das gedreht habe. Ich habe alles wieder vergessen. Aber ja, ab morgen könnt ihr die Shirts bei uns im Laden holen. Oder halt online. Das weiß ich noch, dass ich das gesagt habe. Und das bleibt jetzt nicht nur bei dem Shirt. Sondern es gibt auch mehrere Artikel zu kaufen. Es kommt jetzt nach und nach immer mehr. Ich stelle euch heute nur exklusiv hier die zweite Sache vor. Die Mitte Februar im Handel ist. Leute, es ist unsere Wintermütze. Wie ihr sehen könnt, es ist ein wunderbarer Stick. Es ist eingestickt hier. Ich finde, es sieht so genial geil aus. Wirklich eine Wintermütze. Perfekt zum Warmhalten. Tja, was will man mehr? Draußen sind gerade Temperaturen bis zum geht nicht mehr. Sibirien Style oder Alaska. Und jetzt guckt ihr an. Kauft ihr diese schöne Mütze? Guckt ihr das an. Guckt ihr diesen wunderbaren Stick an. Sexy. Einfach nur zart. Zart. From heart to the heart. Diese Mütze, ich denke mal ab 15.02. Aber ihr könnt das genau sehen bei uns auf Instagram oder Facebook. Folgt uns da. Und habe ich ja alles schon am Anfang des Videos gesagt. Unterstützt uns. Peace. Ich würde sagen genial. Gelungen. Und gebt ein Däumchen nach oben. Glocke aktivieren. Und hier kommen demnächst wieder mehrere Videos. Ich musste mich bloß darum kümmern. Und es ist alles nicht so einfach. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Denn mit dem ganzen Versand und Online Marketing. Das muss ja alles noch werden. Und deswegen. Es kostet alles halt wahnsinnig viel Zeit. Jedenfalls. Bis denn Antenne. Und wir sehen uns. Bis dann. Bis jetzt. Bis Moveotti. Bis jetzt. Bis zum nächsten Mal.